ARD Text im Auftrag des ZDF Alter, scheiß nie so lange! Ich kack euch gleich vor die Tür! Na, Freund? Hände war schon allein genügt, aber nicht. ARD Text im Auftrag des ZDF Bruder! Bruder! Die Brautsträger sind da! Ich hab nichts gegen dieses Gewaltding, weißt du? Ich meine, die Jungs brauchen das vielleicht so mit 17, aber mit 30... Wir müssen noch was Neues kennenlernen. Was für noch? Was ist so verkehrt daran, zu verhargen? Ich glaube, dass man sich Pläne machen muss. Man muss sich Ziele vorgeben. War das eine kurze ambulante oder eine langfristige stationäre Geschichte? Ich möchte dich jetzt wohl gerne heiraten, bitte! Ich will dich zu einer bestimmten Entscheidung drehen. Was wollt ihr eigentlich von mir? Benutz den Hass! BENUTZ DEN HASS! Ich möchte ja noch irgendwas... Ich möchte ja noch irgendwas... ...irgendwas kaputt machen. ich möchte ja noch was... ich möchte ja noch was. Ich möchte ja noch... ...kommst sein. Untertitelung des ZDF, 2020